Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin mir nicht ganz sicher ob Du weißt worauf Du Dich eingelassen hast. Hier auf diesem Kanal geht es darum sein Leben in Frage zu stellen, grundsätzlich sein Denken und in sich den War Spirit zu finden. Den War Spirit ist die grundsätzliche Energie des Lebens. Dabei möchte ich Dir helfen, aber nicht indem ich Dir sage, das ist gut, das ist schlecht, das hast Du zu tun, das hast Du nicht zu tun. Sondern ich werde Dich einfach teilhaben lassen an meinen Gedanken, an meinen Gefühlen, an meinem Leben. Zu 100% offen, authentisch, ehrlich. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich rede über Sexualität, ich rede über Geld, ich rede über alle Gedanken die wir uns machen und über alle Gefühle die auf uns einströmen. Du kannst Dir die Sachen rausnehmen die für Dich wichtig sind. Meine Themenvielfalt ist aufgrund der Tatsache dass ich jeden Tag ein Video mache enorm. Ich mache das hauptberuflich, ich bin nur YouTuber Weltverbesserer. Nehmt Euch das raus was Ihr braucht. Ganz große Themenbreite, nicht alles würde Euch interessieren. Abonniert den Kanal und schaut immer nach was für Videos gerade online sind und ich denke auch von dem Feedback der Menschen die mir bisher begegnet sind und den Events die ich jetzt auch offline veranstalte. Ich kann Euer Leben einen ganz schönen Boost geben wenn ihr das zulasst. Aber wie gesagt nehmt Euch das was ihr braucht. Fühlt Euch nicht irgendwie über den Mund gefahren oder dass ich Euch erklären möchte wie das Leben funktioniert das weiß ich selber auch nicht. Ich bin genauso ein Indianer wie ihr der irgendwo durch die Steppe reitet und schaut wo es was zu fressen gibt. Also ganz relaxed, ganz gechillt und bis morgen. da 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017